Günther Kaufmann, geboren am 16. Juni 1947, war ein begabter Schauspieler, der während seiner Karriere sowohl Erfolg als auch Tragödin erlebte. Seine Geschichte ist ein fesselndes Beispiel für die Höhen und Tiefen des Schaugeschäfts. Schon in seiner Jugendzeit hegte er den Traum, eines Tages ein berühmter Schauspieler zu werden. Diese frühkindliche Faszination für die Welt des Schaugeschäfts sollte sein Leben maßgeblich prägen. In der ruhigen Nachkriegszeit Deutschlands wuchs Kaufmann in bescheidenen Verhältnissen auf. Sein Vater war US-amerikanischer Soldat, seine Mutter eine Deutsche. Die Vielfalt seines familiären Hintergrunds und die kulturelle Vielfalt des Nachkriegs Münchens weckten in ihm die Neugier auf die Welt und die Sehnsucht nach einer Bühne, auf der er seine Geschichten erzählen konnte. Schon früh zeigte sich sein Talent für das Theaterspiel und er benahm Rollen in Schulaufführungen. Es war, als ob das Schicksal seine Zukunft vorzeichnete. Als Jugendlicher träumte er von der großen Leinwand und von den Bühnen der Welt. Er verfolgte hartnäckig seine Ambitionen, obwohl der Weg zum Erfolg steinig und voller Hindernisse sein sollte. Die brennende Leidenschaft für die Schauspielkunst und der unbändige Wille, seine Träume zu verwirklichen, führten Günther Kaufmann schließlich in die aufregende Welt des Schaugeschäfts. In den 70er Jahren erfolgte Günther Kaufmanns ersehnter Eintritt in die aufregende Welt des Schauspielens. Sein Start war geprägt von Entschlossenheit und dem Willen, seine Träume zu verwirklichen. Kaufmann begann in der Münchner Schauspielschule seine Ausbildung, wo er sein Talent weiter verfeinerte und seine Schauspielkünste schärfte. Nach seinem Abschluss erhielt Kaufmann erste Rollenangebote im Deutschen Theater und im Fernsehen. Sein außergewöhnliches schauspielerisches Talent und seine fesselnde Präsenz vor der Kamera machten ihn schnell zu einem aufstrebenden Star in der deutschen Unterhaltungsbranche. Sein Durchbruch erfolgte, als er die Gelegenheit ergriff, in Rainer Werner Fassbinders Film Berlin Alexanderplatz mitzuwirken. Dieses Meisterwerk des deutschen Kinos brachte ihm nationale und internationale Anerkennung. Kaufmanns Darstellung in diesem Film war ein Wendepunkt in seiner Karriere und machte ihn zu einem der gefragtesten Schauspieler seiner Zeit. Mit diesem Erfolg eröffneten sich für Günther Kaufmann Türen zu einer Welt voller Möglichkeiten. Er wurde zu einer wichtigen Figur in der deutschen Filmindustrie und setzte sein schauspielerisches Talent in verschiedenen Filmprojekten ein, die die Herzen der Zuschauer eroberten. Seine Reise durch die Höhen und Tiefen des Schaugeschäfts hatte gerade erst begonnen. Günther Kaufmanns Aufstieg zum Ruhm war geprägt von seiner beeindruckenden schauspielerischen Begabung und seiner charismatischen Präsenz auf der Leinwand. Nach seinem erfolgreichen Auftritt in Berlin Alexanderplatz nahm seine Karriere rasant an Fahrt auf. Dieser bahnbrechende Film, der von Rainer Werner Fassbinder geleitet wurde, war ein künstlerisches Meisterwerk und ein wichtiger Meilenstein in der deutschen Filmgeschichte. Kaufmanns Rolle als Reinhold, ein zwielichtiger und komplexer Charakter, brachte ihm nicht nur Lob und Anerkennung von Kritikern ein, sondern auch die Herzen der Zuschauer. Seine Darstellung war so überzeugend und tiefgehend, sodass sie einen bleibenden Eindruck hinterließ. Der Erfolg von Berlin Alexanderplatz katapultierte Günther Kaufmann in die erste Liga der deutschen Schauspieler. Er wurde in der Filmwelt als herausragendes Talent wahrgenommen, das seine Lage war, vielschichtige Charaktere auf eine einzigartige Weise darzustellen. Bald darauf wurde er für weitere bedeutende Filmprojekte engagiert. Sein Ruhm erstreckte sich über die Grenzen Deutschlands hinaus und Kaufmann gewann internationale Anerkennung. Er arbeitete mit renommierten Regisseuren und Schauspielkollegen zusammen und hinterließ in zahlreichen Filmen einen unvergesslichen Eindruck. Die Erfolgswelle schien unaufhaltsam. Während seiner Zeit im Rampenlicht kämpfte Kaufmann mit Drogenabhängigkeit. Der Druck, in der Unterhaltungsindustrie erfolgreich zu sein, führte zu einem ungesunden Lebensstil. Drogenmissbrauch wurde zu einer ernsthaften Belastung, die seine Karriere und sein persönliches Leben gefährdete. Die finanzielle Seite seines Lebens war ebenfalls von Turbulenzen geprägt. Trotz seiner Erfolge hatte Kaufmann Schwierigkeiten, seine finanziellen Angelegenheiten zu regeln. Die Kombination aus einem teuren Lebensstil und unregelmäßigen Einkünften führte zu finanziellen Problemen, die seine Zukunft und seine Stabilität bedrohten. Kaufmanns persönliche Beziehungen waren von Höhen und Tiefen geprägt. Seine öffentlichen Auftritte und seine Popularität brachten sowohl Freude als auch Schatten in sein Privatleben. Die Beziehung zu seiner Familie und engen Freunden wurde durch seine Drogenprobleme und seinen hektischen Lebensstil belastet. Die Persönlichkeitsprobleme, die er im Laufe der Jahre entwickelte, beeinflussten auch seine Interaktionen mit Kollegen am Set und in der Branche. Sein Verhalten und seine Schwierigkeiten im Umgang mit anderen trübten gelegentlich sein professionelles Ansehen. Und trotz all dieser Schwierigkeiten und persönlichen Herausforderungen bemühte sich Günther Kaufmann, seine Karriere aufrechtzuerhalten. Seine Entschlossenheit und sein unerschütterlicher Glaube an sein schauspielerisches Talent halfen ihm, die Stürme seines Lebens zu überwinden. Die nächsten Kapitel seines Lebens sollten jedoch noch komplexer und kontroverser werden. Während seiner Karriere war Günther Kaufmann an verschiedenen kontroversen Vorfällen beteiligt, die die Schlagzahlen beherrschten und sein öffentliches Image in Mitleidenschaft zogen. Eines der denkwürdigsten Vorkommnisse war der sogenannte Bankraub, der 1975 stattfand. Kaufmann und einige seiner Bekannten hatten angeblich die Idee, eine Bank auszurauben, um ihre finanziellen Probleme zu lösen. Die geplante Tat endete jedoch in einem Fiasko. Obwohl kein Geld erbeutet wurde, wurden sie von der Polizei gefasst. Dieser Vorfall sorgte in der Presse für großes Aufsehen und führte zu einer Untersuchung. Letztendlich wurden Kaufmann und seine Mitverschwörer zu Haftstrafen verurteilt. Kaufmanns anhaltende Drogenprobleme und seine öffentlichen Auftritte in einem desolaten Zustand waren ein wiederkehrendes Thema in den Medien. Diese Vorfälle schadeten nicht nur seinen Ruf, sondern belasteten auch seine Beziehungen in der Filmbranche. Viele Produzenten und Regisseure waren besorgt über die Auswirkungen seiner Drogenabhängigkeit auf Filmproduktionen. Günther Kaufmann geriet auch in rechtliche Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Schulden und finanziellen Verpflichtungen. Die öffentlichen Gerichtsverhandlungen und Konflikte mit Gläubigern warfen einen Schatten auf seine Karriere und sein öffentliches Image. Diese kontroversen Vorfälle führten dazu, dass Kaufmann in den Medien immer wieder in den Schlagzeilen stand, jedoch nicht mehr ausschließlich wegen seiner schauspielerischen Leistungen. Seine persönlichen Herausforderungen und die damit verbundenen Skandale beeinträchtigten seine Karriere und seine Beziehungen in der Filmbranche. Trotz dieser Rückschläge bemühte er sich, sein Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken und ein Comeback zu feiern. Am 10. Mai 2012 verstarb Günther Kaufmann in Berlin. Sein Tod markierte das tragische Ende eines bewegten Lebens und einer turbulenten Karriere. Die Umstände seines Todes waren von Geheimnissen und Trauer umhüllt. Kaufmann wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die genaue Todesursache wurde Gegenstand von Spekulationen und Untersuchungen. Es war ein trauriges und unerwartetes Ereignis, das viele seiner Fans und die Filmwelt schockierte. Sein Tod löste eine Welle der Anteilnahme und des Bedauerns aus, da viele Menschen sich an seine schauspielerischen Leistungen erinnerten und sein tragisches Leben verfolgt hatten. Kollegen und Freunde aus der Filmbranche würdigten sein Talent und seine einzigartige Präsenz. Günther Kaufmanns Tod erinnert daran, dass sein Leben von Höhen und Tiefen geprägt war. Trotz aller Schwierigkeiten und Kontroversen hat er einen bleibenden Eindruck in der Welt des deutschen Films hinterlassen und bleibt unvergessen. Sein Vermächtnis und sein schauspielerisches Erbe werden weiterleben, während die Welt sich an diesen außergewöhnlichen Künstler erinnert.